Deutschland ist das Mekka der Ingenieure. Allein die Möglichkeit zu haben, hier an die ganzen Maschinen rangehen zu können. Und dass wir das kennenlernen, wie es auch wirklich im späteren Leben dann sein wird. Es ist zwar ein ziemlicher Aufwand, aber es ist auch ein großer Spaßfaktor. Ich bin Xenia und studiere Umwelt Engineering an der TU Bergakademie Freiberg. Ich habe mich für diesen Studiengang entschieden, weil ich schon immer etwas in die technische Richtung machen wollte und dort etwas entwickeln, was die Welt wirklich weiterbringt. Die Universität bildet einem ja aus, Forscher zu werden. Und das fängt, glaube ich, an in der Entwicklung. Die Verfahrenstechnik beschäftigt sich mit Stoffumwandlungen. Das gibt es in praktisch jeder Industrie. Man kann da selber in die Lupe reinschauen, vom kleinsten Teilchen bis zu ganz großen Maschinen. Was wir auch praktisch machen, sind zum Beispiel Messungen an Solarkollektoren oder an Windkraftanlagen. Eine weitere Aktivität ist zum Beispiel das wissenschaftliche Tauchen. Den Tauchstein kann man hier machen, gleich vor Ort. Und damit kann man dann sogar richtig wissenschaftlich an anderen Küstengegenden gehen. Unsere Uni hat auch ein Rennteam, der Formula Student. Du fängst da an und dieses Auto entsteht erst mal am Rechner. Dann wird konstruiert und zusammengebaut von den Leuten hier an der Uni. Wenn das Ganze fertig ist, wird der schnellste Fahrer rausgesucht. Dann kommt der internationale Wettbewerb. Und dann kannst du rein theoretisch, wenn du Lust drauf hast, nach Australien fliegen oder nach Amerika. Dann triffst du Gleichgesinnte, die alle auch Technikfreaks sind. Ich bin hier gelandet, da ich es sehr schön finde, in einer Kleinstadt zu studieren. Ich habe sehr schnell Anschluss gefunden, Freunde fürs Leben sogar. Ich möchte vor allem in die Richtung der Umwelttechnik auch wirklich gehen. Also gerade was erneuerbare Energien angeht, weil mir die Umwelt sehr im Herzen liegt. Maschinenbau umfasst ja das ganze Leben. Abgefahrene Sachen, Hightech, alltägliche Gegenstände, das ist alles Maschinenbau. Und das ist so vielfältig. Und das ist mir zum Beispiel ganz wichtig, dass ich weiß, was ich gerade hergestellt habe und wie das aussieht und wie sich das anfühlt. Und da bin ich auch ganz stolz drauf. Check! Tschüss! Tschüss! Schau!